Um ehrlich zu sein, weiß ich jetzt gar nicht, wie es weitergeht. Das ist jetzt auch für mich schon wieder zwei Wochen her. Wir haben Dimitri gekillt, ne? Also in einer der Visionen. Also, stopp mal. Ich hab ja beide Enden gezeigt. Vermutlich hab ich's gemacht. Das weiß ich noch nicht. Wenn ich zwei Folgen hochgeladen hab von Folge 75, dann müssten's, oder 76, ich weiß gar nicht. Dann, ähm, ja. Dann habt ihr beide Enden gesehen. Ich bevorzuge aber eindeutig das Dimitri-Ende. Das war auch das, was ich ursprünglich zuerst gemacht hab. Einfach aus, aus dem Instinkt heraus. War sehr klug von mir. Weil das andere Ende war scheiße. Punkt. Jetzt haben wir Kate. Jetzt gehen wir gleich zur Hochzeit. Alles tippitopp. Naja, oder auch nicht. Wart mal, wart mal, wart mal. Ey, 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 hallo, 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 hallo. Bleib doch stehen. Was ist denn mit dir? Willst du kein Geld verdienen? Ich, äh, mein mich zu ändern, dass, äh, Roman irgendwas mit 12 Uhr gesagt hat? Kann das sein? Irgendeine Hochzeit, 12 Uhr? War das so? Ach, keine Ahnung. Das ist hier mein Unterschlupf. Eie, er ist ja richtige Pennergegend. Oh, naja. So, aber ich glaub, der Mafiaboss wird nicht allzu glücklich sein, dass wir den ein bisschen beschissen haben, ne? Ja, jetzt ist Dimitri. Das ist ein Penner. Was, was? Nein, ich will keinen Kleid wechseln. Was soll ich da machen? Ich mochte den von Anfang an nicht. Der ist eine hinterher die Geratte. So nämlich. So, wann geht's denn jetzt hier stein? Mal speichern, ob wir das können. So, Addis, Surf, Code, zack, bam, und? Klingelt's? Also, abgesehen vom Wecker. Ach Gott, wie lange muss ich denn warten? Wir haben jetzt 7 Uhr. Aha, da klingelt's. Ja, du heiratest. Malorie, ja, Malorie ist schön. 10 Uhr? Ja, wir sehen gut aus. Ich lauf da so hin. Klar hätten wir auch ne Krawatte und so noch nehmen können, aber so jetzt. Taxi. Das ist jetzt belastend, oder? Und ich bleib auf rot, bleib auf rot, bleib auf rot, bleib auf rot, bleib auf rot. Okay. Huh, grad so geschafft. Ähm. Ja, shit, wie komm ich denn jetzt, äh. Wo muss ich denn hier hin? Ich weiß gar nicht, wo die Kirche ist. Ach du Scheiße. Okay, wir fahren einfach mal ein bisschen rum. Vielleicht funktioniert das, ja. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 7 Uhr 34. Ach du Scheiße. Was mach ich denn jetzt noch die ganzen Stunden? Ähm. Ah, Moment mal. Ey, wir müssen mal hier sind. Sekunde. Oh nein. Oh nein, die Bullen. Oh, come on. Ehrlich jetzt? Hier war ein NPC. Oh, die hätte ich nicht mitnehmen können. Okay. Kurz abhängen. Ein Stückchen noch. Oh nein. Hier komm ich nicht durch, oder? Oh, okay. So, und jetzt haben wir die auch schon abgehangen. Stell dir nicht so an. Ist nur ein Stern. Geht weg. Turn right, gehen wir auf den Sack. Oh, da kommen die Bullen, da kommen die Bullen. Sehr gut. So, und jetzt gehe ich nochmal zurück. Da war doch irgendwo ein NPC. Haben wir gerade gesehen. Oder random Typ. Acht Uhr haben wir erst. Wobei, zehn Uhr geht's schon los, ne? Nur zwei Stunden. Wo war der denn? Der war doch hier irgendwo. Ist der jetzt verschwunden? Wird mich verarschen. Och, come on, ehrlich. Was ist das hier? Das ist Modo. Das ist jetzt das, was wir beste. Wir rufen schon kält an. Perfekt. Genau. Das Gespräch hatten wir doch schon. Naja. Ach, guck. Ne, das Gespräch hatten wir doch nicht. Mein Fehler. Kate abholen, jawohl. Ach, du Scheiße. Ach, du Kacke. Ähm, ja. Ne. Ganz simpel. Taxi. So, Taxi. Wir fahren dahin. Klauen uns ein schönes Auto. Und dann ist auch gut. So, zum Freunden fahren. Ja, genau. So, komm mal her. Aussteigen. Mein Auto jetzt. Ist doch ein relativ schönes Auto, ne? Neh mich. Dann schleifen wir noch ein Stückchen mit. Please, ein Tourist. Ach, du bist ein Tourist. Oh, krass. Hupen. Komm, Kate. Sieht aus wie immer. Perfekt. Nichtmals umgezogen, die Frau. Ist doch toll, wenn sie sich nichtmals umgezogen hat. Ich meine, haben wir auch nicht, aber ich habe übrigens einen Anzug. Triff. Robin bei der Kirche. Naja, klar. Wie weit ist es weg? Oh mein Gott. Danke. Keine Ahnung, eigentlich Schießereien. Weiß ich nicht. Ich glaube auch. Äh, die Frau ist schlau. Oh shit, sie hat recht. Da gab es auch eine Schießerei. Oh ja, so kann man es auch sehen. Du bist super lieb von ihr. Na klar, die richtige Person an der Seite läuft schon besser. Safe. So nämlich. Find ich auch. Ist ja eigentlich weise, die Frau. Krass. Und dann hatten wir was mit Michelle, die eine Agentin war. Also wir haben halt echt wirklich Pech hier in dem Spiel, ne? So. Zuck. Sind wir auch gleich schon da. Hoffentlich. Ganz schön eng hier. Oh, 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 oh. Nimm doch die andere Spur, du Penner. Mann. Schiep. 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 Perfekt. Wir sind da. Hochzeit. Mr. und Mrs. Bellic. Oh, da ist er ja wieder. Oh, da ist er ja wieder. Ja. Brucey ist auch da. Bester Mann. Mr. und Mrs. Bellic. Sehr schön, dass der so einen abbekommen hat. Auch lächerlich. Sehr. Sehr schön. So, Spiel ist vorbei. Gutes Ende. Reicht. Little Jacob ist auch dabei. Geil. Sehr schön. Oh nein, der Mafioso. Kate? Oh nein, der ist ja wieder. Nico, komm her. Somebody call an ambulance. Call an ambulance. She's dead. What? Oh shit. Shit, shit. She told me to leave it. I thought I had. I thought it was over. It's never over, I am. Nico, you can't blame yourself. Don't say I can. She's dead. Easy, easy, easy. I'm your brother, man. Easy. Come on, man. Come on, man. Come on. Sein Akzent macht es nicht einfach. Nico, you have to get out of here. Yes, go on, man. You have to go, man. We have to leave, man. Just leave. Get out of here. No, we'll take care of this, man. Okay, okay. What the fuck? Also, ich hatte da was in Erinnerung von früher, ne? Aber ich wusste nicht, dass es so übel ist. Und wir sehen wieder aus wie ein Penner. Perfekt. Was ist denn hier los? Steh auf, du voller Sack. Oh, Junge, ich zieh mich erst mal um. Du siehst aus wie ein Penner. Oh, die andere Melodie. Ui. Die ist belastend. Wo ist mein Schrank hier? Wir sehen aus wie ein Penner. So, Kleidung wechseln. Bam. Wo ist mein... Wo ist mein Anzug? Was hab ich denn für Kleidung? So, nämlich. Lee Jacob, Nachricht. Liko, sei stark, okay? Ich werd diesen räudigen Arsch finden. Ich besorg dir ein paar ordentliche Waffen. Und alles. So nämlich. Das ist ein richtiger Freund. Warte auf meinen Anruf. Ich hab gerade keinen Wagen. Sonst würde ich sie hier vorbeibringen. Easy. Lee Jacob. Das ist ein richtiger Freund. Ich lieb den Typen. Was machen wir jetzt? Hab ich Waffen? Ich hab ne halber... Mein Gott. Jetzt aber gut hier. Ich werd schon gar nicht mehr reden, ne? Die Scheiße hat mich echt fällig gemacht. Krass. Das hat mich hier gerade emotional sehr mitgenommen. Ähm. Ich hab ein paar Waffen. Ich hab gar keine Waffen. Äh, Lee Jacob. Kann ich den anrufen? Lee Jacob, ich brauch Waffen. Schusswaffen. Geht das? Ich brauch Hardware. Verdammte Kacke. Wir haben ein Problem. Oh mein Gott. Ich brauch ein Taxi. Ganz schnell. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es gleich einen Krieg geben wird. Und wir werden uns jetzt hier ein Taxi nehmen. Zu dem Waffenland fahren. Uns eindecken. Und dann geht's ab. Und dann nähern wir uns, glaub ich, auch schon dem Ende hier, ne? So mein Freund, danke fürs Fahren. Ich muss einkaufen. So, chinesische Waffen, beste Waffen. Vielleicht. Mein Freund. Ich kauf ein. Wir brauchen kein Geld mehr. Wer damit. Bam. Was haben wir hier noch? Ne. Doch. Wollkommen. Mach voll. Lee Jacob. Pegorino ist mir... Sehr gut. Gut. Den holen wir uns. One love. Ich lieb den Typen. So. Das haben wir... Hallo. Munition kaufen. Mach voll. So. Was haben wir hier? Shotgun. Nö, warum nicht, ne? Na, wobei, ne. AK. Nope. Bin ich kein Freund von Baseballschlägern? Nope. Wo ist meine dicke Waffe? Da ist er. Vollmachen. Und dann... Für die ganz schlimmen Abende... Auch eine kleine Panzerfaust. So, her damit. Komm. Ja. Nice choice. So. 15.000. Ist mir egal. Drei Schuss. Ich glaub, es rappelt gleich im Karton. Bin mir fast sicher, sogar. Ich hab jetzt auch nicht Geld ausgegeben, aber hey. See you later. Das ist schon Geld, wenn wir gleich unsere Killer... Äh, die Killer von Kate erledigen können. So nämlich. Ähm. Shit. Nicht überfahren. So. Ich fahr jetzt mit dem Taxi dahin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Geil. Ciao.